Hallo, mein Name ist Kai Weissenborn, ich arbeite bei FIBS, bin Wissendanalyst und vermehrt aus dem Homeoffice und nutze den BIM seit ca. Dezember. Die Idee zu der ganzen Sache hatte die Agnieszka Kubiak und die stellt das Projekt jetzt kurz vor. Hallo, mein Name ist Agnieszka Kubiak, ich bin bei Information Management von der Lufthansa Cargo und wollte ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin, BIM bei Lufthansa vorzustellen. Also im Oktober 2017 habe ich einen Film bei ONE gesehen über Time Matters, wie Time Matters eben den BIM Pro im Einsatz hat. Fand ich das ganz toll und so kam ich ins Gespräch mit den Kollegen von Time Matters. Ich habe das Gerät vor Ort gesehen und so haben wir es im November 2017 bei uns bei Innovation Pitch vorgestellt. Das Tolle am BIM ist, dass man sich frei bewegen kann und so werden wir gleich mit dem Kai zu einer Kollegin fahren, die auch den BIM nutzt. Hallo, mein Name ist Evelyn Frickel, ich arbeite genau wie mein Kollege Kai bei FIBS, bin ein Business Analyst und wir haben die tolle Möglichkeit mit dem BIM unsere Remote Arbeit vor Ort ein wenig persönlicher zu gestalten. Wir können den BIM in die Meetings mitfahren, haben die Möglichkeit Blickkontakt mit Kollegen aufzunehmen, wenn wir uns im Büro auf den BIM aufschalten und das macht die Arbeit sehr viel persönlicher, angenehmer und im direkten Kontakt einfacher.